Wir bei Hour of Power bereiten uns auf die Advents- und Weihnachtszeit vor. Wir möchten diese Zeit des Jahres ganz bewusst erleben und hoffen, dass wir unsere Aufgabenlisten mal beiseite legen können und in Jesu Frieden zur Ruhe kommen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir ein wunderbares Büchlein zum Thema Advent zusammengestellt. Es besteht aus 24 Andachten, die unsere Herzen auf den wahren Sinn von Weihnachten vorbereiten sollen. So wie wir uns sonst für besondere Anlässe oder Partys vorbereiten, ist Advent die Zeit, in der wir unseren Geist auf Weihnachten einstimmen sollen. Und wir glauben, dass wir das am besten mit Hilfe von Gottes Wort tun können. Wir möchten Sie ermutigen, sich täglich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um in Gottes Wort einzutauchen und die Geschäftlichkeit der Weihnachtszeit dabei außen vor zu lassen. Wir beten, dass unser Adventsbuch Ihnen dabei eine Hilfe ist und dass Ihre Beziehung zu Gott gestärkt wird. Wenn Sie heute Kontakt zu uns aufnehmen, senden wir Ihnen ein Adventsbuch gerne als Geschenk zu. Das soll Sie daran erinnern, wie sehr wir Sie mögen und wie dankbar wir Ihnen sind. Sie spielen eine so bedeutende Rolle in unserem Dienst. Und denken Sie daran, Gott liebt Sie und wir auch.